Ein bisschen überspitzt formuliert, wir sind ja in einer Satiresendung, aber er bekommt mit, was ich sagen will. Selber denken, das ist unsexy. Wir dürfen nicht so weit kommen, dass wir Menschen akzeptieren, nur weil sie lustig sind oder selber denken oder nicht nur selber denken, sogar selber eigene Gedanken formulieren. Das ist etwas, was man...